Ah, meine Grabs müssen noch besser werden, genau. War klar, weiß. Gerade sind so ein bisschen die Wits hier am Start. Oh, kommt davon aus, du hast überhaupt noch zurück. Alter. Ich muss nicht mehr so lange an der Kante warten. Nice start. Okay. Oh, oh. Die Abwehrs wird es wieder so ein Stock. Ja. Ja. Oh mein Gott, das war ja perfekt. Yo. Yoshi Profi hier. Ja. Hab kein Geld für Modestwitch. Ja, ich ja eben aktuell auch nicht. Aber vielleicht bald mal wieder. Lohnt sich auf jeden Fall. Oh, sie ist tot. Ah, sie hat sich sogar SD'd. Sie ist dann zur Seite gegangen. Sie wollte wahrscheinlich den Disrespect aus dem Weg gehen. Ich wollte unbedingt noch einen Fair Spike oder sowas. Mod Delay Arc. Dann kann ich Samus einfach quasi offline spielen. Das hat schon cool. Ja, konnte sie nichts machen. Alter, was ein Down-Smash, ey. Ist es? Oh mein Gott, Alter. Der Comeback-Meister ist wieder zurückgekehrt. Holy shit. Als ob. Dann sollte ich erstmal so für zwei Wochen eigentlich Zeit haben. Oh, jetzt lagst du ja plötzlich ein bisschen, ne? Jetzt, wo ich meinen Main spielen will, kommen die Lecks. Alles klar, ich weiß Bescheid. Boah, trotzdem. Auch während Lecks werden hier die Kombos gedroppt. Sehr, sehr nice, ey. War so klar. Alter, der S-Fash killt halt so früh, wenn man den Reed hat. Der Down-Bee-Spammer. Oh, aus Down-Bee gekommen, rot. Junge. Alter, ich kill einfach dank Down-Bee. Hä? Wie ist das möglich, Mann? Oh, wenn das killt. Junge, der Kazuya. Ey, es tut mir leid. Aber Kazuya Mishima hat das auch einfach verdient. Bei 15% gestorben. Schmeckt. Ey, was der manchmal auch so für Kombos hat mit diesen Off-Stage-Down-Ears. Ist echt auch richtig heftig. Er ist schon super gefährlich als Charakter. Aber halt wirklich nicht so leicht zu spielen. Alles klar. Komm schon. Gönnen. Nice, Mann. Äh, er droppt sie einfach runter in Big Egg. Ja, geil. Läuft noch nicht ganz so gut. Nein. Ah, das war ein bisschen zu slow. Ich weiß, dass der Anime nicht so gut ist. Ja. Ist echt schade, Mann. Was die damit gemacht haben. Aber ja, passiert oft. Oh, gut, ich komme sogar noch zurück. Als ob. Yo. Das war ein cooler Finisher. Einfach mal Down-Er-Kill, hä? Das war rough, Alter. Holy shit. Hart. Hartes Game. Alter. Fuck, geht klar. Oh, Nobby. Willkommen Streamern. Alter, er wartet ab und es trifft ihn trotzdem, ey. Richtig mies. Oh, das killt schon. Einfach überfahren. Okay, jetzt muss noch eine schöne Kombo raus hier. Familiengruppe haben. Oder die halt selber eine zusammenstellen, so wie ich es halt gemacht habe. Kann man sich einfach einiges an Geld sparen. Okay, Vorsicht vorab, ja. Das könnte jetzt gleich schon kühlen, was ich vorhabe. Ah, nein, das hat nicht richtig geconnectet. Aber das. Oh, cleanest Docks. Nice. Ich gehe im Februar. In der Woche muss ich wieder. Ah, ist. Als ob der Snipe. Oha. Komm, der dreistöckige. Auf geht's. Oh, oh. Oh. Er hat's nicht gecheckt. Yo. Nice. Ja, das Schild hält das nicht aus. Das ist so gut. Yo, der Double Snipe. Nicest Dread. Einfach. Ja, okay. Okay, scheint auf jeden Fall jemand zu sein, der sowas mit Rumor nimmt. Weil da kam der Taunt, nachdem man sich jetzt dikt hat. Das wird dann wahrscheinlich keine Person sein, die aufgibt. Was natürlich gut ist, weil ich will hier ein bisschen warm spielen. Und wenn meine Gegner dann einfach runterjumpen, habe ich auch nichts davon. Aber man muss schon sagen, das Match war ein bisschen traurig, ey. Sollte eigentlich, glaube ich, eher zu mir kommen, ne? Weil ich kann hier jetzt ruhig so ein bisschen chillen. Abwarten. Und mir noch den Kill holen. Yo, als ob das Dumme ist, wenn ich Twitch schaue und gleichzeitig zocke, könnte es vielleicht ein bisschen lecken. Ja, dann vielleicht einfach während unserer Match den Stream ausschalten. Dann kannst du dich auch wieder anschalten. Das ist ja kein großes Ding. Oh, die Kante. Samus an der Kante. Alter. Jetzt muss der Charge-Shot sitzen. Oh, warte, der kennt noch nicht, okay? Die ganzen Charge-Shots, Alter. Okay, komm, Abi. Ah, Set. Dash-Tag. Nice. Wow, der Detson-Sock war gut. Alright. GG. Wie es ihn halt auch catcht, während er jumped. Too nice, ey. Oh, das war glaube ich ein Miss-Klick. Yes! Oh mein Gott, auf der perfekten Höhe geschossen, ey. Der Profi-Sniper einfach. Okay. Ja, wie man sehen kann, man kann auf jeden Fall dank Charge-Shot extrem gute Kombos machen. Oh, meine Snipes auch einfach. Yo, als ob er, ich glaube, die ganze Zeit keinen Jump mehr gehabt. Ähm. Hat er ein bisschen zu spät bemerkt. Der Schlüssel. Ja, krasser Move einfach. Okay. 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 Komm, der Schlüssel kommt. Ah, nee, okay. Er macht's immerhin nicht immer. Das ist, das ist gut. Sonst ist es ja auch zu predictable. Das killt doch nicht. Oh, das hat gekillt. Maschinenbäcker einfach. Wer die bessere Samus hat. Was habe ich am Ende gemacht? Nix. Du hast einfach tot. S-Smash broken. Okay. Er kommt gerade nicht ganz ins Spiel rein, ne? Oh. Okay. Ich glaube, damit habe ich auch einfach schon bewiesen, wer die bessere Samus hat. Egal, was er jetzt macht. Ich glaube, das kann er nicht mehr irgendwie so gängig machen, was gerade passiert ist. Auch einfach richtig der coole S-Mash-Kill. Oh, no way. Sag mir nicht. Sag mir nicht, das killt. Hart. Sehr, sehr hart. Oh, die Plattform steht perfekt. Wird das ein Early-Kill? Alter. Nice. Bei 100%. Extra für den Modern Rogue beeile ich mich jetzt. So sieht es gerade aus. Er ist tot. Oh, oh. Schaffen wir einen JV? Nicht berührt werden? Nein. Ah, no. RIP-JV. Äh, die Arena-ID stimmt natürlich nicht, ne? Ich muss ja nochmal eine neue Arena machen. Wir zocken jetzt nicht in der offenen Arena. Unser First Lieutenant könnt ihr da auch in Randoms reinjohnen. Oh. Immerhin noch ein cooler Finish. Alter. Yo, dann GG's. Danke, dass ihr am Start wart. Tschüss. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017